Es ist Montag und keiner hat so richtig Lust auf Börse. Das liegt allerdings daran, dass in Amerika Feiertag ist, das heißt viele Marktteilnehmer überhaupt nicht da sind und deshalb so richtig neue Impulse offensichtlich fehlen. Abgesehen davon hatten wir letzte Woche ja schon gesagt, dass eine Pause gar nicht so unattraktiv wäre, noch gar nicht mal das bullische Bild groß kaputt machen würde. Ich habe hier extra noch mal die Zeichnung von letzter Woche hier drin. Hier DAX 4 Stunden Chart, wonach es ja unter Umständen sogar, das muss nicht so sein, aber unter Umständen sogar in die Zone, sagen wir mal 15.700, 15.400, eventuell sogar bis, aber da würde ich eher sagen, dass es dann maximal 15.200 runter geht. Maximal ist eigentlich falsch gesagt, denn der Kurs kann durchaus noch tiefer gehen als das. Allerdings, wenn er unter die 15.200 fallen würde, spätestens dann ist das bullische Bild tatsächlich in Gefahr und dementsprechend sollte es idealerweise vorher dann drehen. Also im Moment tatsächlich noch Pause angesagt. Muss es denn so tief runtergehen? Auch das hatten wir uns angeguckt. Wir können es noch mal ein bisschen größer machen. Seht ihr das auch besser? Also wir hatten noch mal veranschlagt als eine nicht unrelevante Entscheidungsmarke. Besser ist es, wenn er oberhalb dieses Zwischenhochs bleibt. Das ist das Hoch, was wir hatten am 5. Juni mit dem Hoch, beim Index bei ungefähr 16.115, circa. Also so in der Richtung. Also wenn er oberhalb dieser Marke bleibt, ist sowieso alles in Ordnung. Dann wäre nämlich sogar dieses Bild auch noch okay. Also sprich, dass wir vorher noch mal wieder nach oben gehen und da uns weiterentwickeln. Allerdings geht er dadurch, geht er aktuell durch diese Marke, dann hängt es sehr davon ab, wie es dadurch geht. Falls es sich in den nächsten vielen Stunden dann doch noch so aussieht, dann würde ich sogar das noch erlauben. Es sieht zwar ein bisschen unsymmetrisch aus, aber dann hätte man noch sagen können, okay, dann ist es das. Jetzt hier Pausemodus und es geht weiter, obwohl der Kurs unter die von mir genannte Entscheidungsmarke da fällt. Geht das Ganze aber möglichst steil da durch und sogar noch ein klein bisschen tiefer eben, dann ist dann die Frage, wie tief geht es denn dann noch weiter? Und dann rückt auf einmal diese Box, die ich hier mal eingezeichnet habe, wieder in den Fokus. Also die ist noch nicht vom Tisch. Die kann durchaus noch gespielt werden, aber auch diese bis zu diesem Maße wäre alles noch in, sagen wir mal, in mehr oder weniger in Ordnung. Dann hätten wir halt hier mehr oder weniger ein Flat und dann kann es ja danach noch nach oben gehen. Also halte ich für durchaus spielbar. Bedeutet allerdings, wir müssen ein bisschen offener sein, nämlich eben auch erlauben, dass es diesen Umweg dann noch mal nimmt. Wen das stören würde, der sollte sich ernsthaft Gedanken machen, Stops gegebenenfalls nachzuziehen, Gewinner einfach mal mitzunehmen. Denn damit muss man rechnen. Da kann man nachher nicht sagen, ja, das darf aber nicht, das konnte nicht und das konnte man nicht wissen. Das sind aus meiner Sicht Bewegungsausmaße, die völlig normal sind und die sich eben auftun, wenn er bestimmte Marken da durchstößt. Wie sieht es in Amerika aus? Ich hatte es ja eben schon angedeutet, die haben heute Feiertag. Die Indizes laufen allerdings trotzdem. Man sieht das so ein bisschen verdeckt jetzt hier durch die Zeichnung, die ich hier habe. Ich hatte hier mal eingezeichnet, das war das hier. Das ist also jetzt nicht zwingend die Zielzone, sondern einfach um die Größenordnung noch mal in Relation zu stellen. Also diese quadratische Blaue, okay, sie hat nichts mit Quadrat zu tun, aber das ist ungefähr das, was wir hier haben. Einfach, dass man so mal weiß, okay, wenn es in dieser Größenordnung ist, wäre das noch in Ordnung. Darf natürlich ein bisschen tiefer. Das muss jetzt nicht Millimeter genau sein. Darüber hatten wir vor dem Wochenende ein bisschen intensiver gesprochen. Deshalb erinnert ihr euch wahrscheinlich an das, was ich da gesagt habe. Das wäre noch in Ordnung. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass eine erste hoch, wackele ich runter, dann eine dritte Welle. Die dritte ist 1, 2, 3, 4, 5. Das würde von den Größenverhältnissen durchaus passen. Dann hätten wir hier die Wackelkiste wie angedeutet in ähnlicher Größe wie da und anschließend noch mal ein etwas höheres hoch. Aber auch dann, selbst in dieser Situation, wäre anschließend meine nächste Erwartung, dass wir noch mal hier eine Korrektur wieder runter kriegen. Ihr seht, das ist das ewige Wechselspiel, worüber viele sich immer beklagen und sagen, ja, aber man weiß nicht so richtig. Naja gut, es ist halt immer wieder zwei Schritte vor, einen zurück. Das ist wie auf jedem guten Ball. Da wird einfach auf engen Raum hin und her getanzt. Aber irgendwie geht es dann so halbwegs in eine Richtung dann doch noch und die scheint nach wie vor aktuell nach oben zu gehen. Also selbst Rücksetzer bis in diese mittleren Zonen 34.000 und so weiter. Tornodon 33.600. Das wären alles noch welche, wo man sagt, das ist in Ordnung. Am liebsten wäre mir das Bild in etwa so, wie ich es hier gezeichnet habe. Warum? Weil dann wäre das ganze Verlaufsmuster, was wir hier haben, am schönsten auflösbar. Allerdings machen wir uns nichts vor, es sieht nicht immer idealtypisch aus. Deshalb ärgert euch nicht oder wundert euch nicht, wenn es davon Abweichungen gibt. Aber es ist ein ganz guter Orientierungspunkt, woran man sich halbwegs festhalten kann. Wenn wir im 5 Minuten Chart gucken, ich will das nicht so sehr tun mit dem Hintergedanken, oh guckt mal, macht da mal ein Trade. Also für uns ist so ein Feiertag nicht attraktiv, weil klar der Markt bewegt sich, aber das Volumen ist halt nicht wirklich realistisch. Die Marktteilnehmer sind nicht so richtig realistisch da, sind eben anders als sie es normalerweise sind. Das sind eigentlich keine guten Voraussetzungen, da jetzt auf kleiner Ebene jetzt zu versuchen, das Beste daraus zu machen. Naja, gut, müsst ihr wissen natürlich. Ich finde es anguckbar, aber natürlich mit der Umsetzung seid ein wenig vorsichtig. Wisset, dass die Marktteilnehmer im Moment da fehlen. So, also der Rücksetzer, den wir aktuell haben, latent nervig. Die Aktien schlafen heute eh, die machen Päuschen. Die Futures gehen ein bisschen runter. Deshalb, wenn es so bleibt, müssen wir natürlich damit rechnen, dass es morgen ein bisschen nach unten gibt. Also die Aktienposition wieder ein klein bisschen an Höhe verlieren. Damit muss man wohl rechnen. Allerdings, wir haben ja noch die Nacht vor uns, kann es ja sein, dass es bis zur morgigen Eröffnung wieder ein bisschen hoch kommt. Das ist durchaus denkbar im gezeigten Rahmen. Das ist beim S&P nicht großartig anders. Da kann jetzt auch nicht wirklich viel dazugekommen sein. Deshalb will ich euch nicht den Nachmittag jetzt nochmal totquatschen hier. Denn seit Freitag hat sich hier tatsächlich nicht wirklich was verändert. Wer das Freitags Video gesehen hat, hat das noch vor Augen. Ansonsten meine Empfehlung, schaut euch das eben nochmal an. Und alles, was wir jetzt hier dazu bekommen haben, sind so ein bisschen Anfänge von irgendeinem Pausenverhalten in der hoffnungsvollen Erwartung, dass es dann ab morgen wieder mit allen Marktteilnehmern losgeht. Dann zählt, ob die genannten Marken eben durchstoßen werden oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt erstmal alles Gute, sag ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.